Zusammen mit der Stadt Uster dürfen wir die Velokomfortroute vom Stadtrand über den Stadtpark bis an den See planen. Dass es nicht immer einfach ist, die Wirkung der Massnahmen auf dem Plan abzuschätzen, haben wir das vor Ort detailliert angeschaut. Hierfür haben wir das Branding Uster steigt um auf unterschiedliche Kartonscheiben, ausgedrückt und die idealen Standorte gerade vor Ort anschauen können. Mit unserer Erfahrung im Bereich Veloverkehr unterstützen wir die Stadt, Attraktivität für den Veloverkehr zu erhöhen und das Umsteigen fürs Velo zu erleichtern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017